So. Hallo meine Lieben, euer 93 Choufer ist wieder da. Wartet mal mal kurz hoch. Das würde euch vielleicht etwas verwundern, ja weil das hier ist jetzt, ich denke es ist zumindest mein hundertstes Video. Dachte ich mir, zuvor habe ich jetzt wieder normale Videos gemacht, so mit Filmen und so weiter. Dachte ich, mache ich mal als nächstes wieder eine Let's Play Reihe. Und da habe ich mir das Spiel ausgesucht, Mega Man 7. Von zum Beispiel das Mirko LP oder Funk Royale habe ich mir sehr viele Videos angeschaut, eben auch von ihren Mega Man Let's Plays. Und das hat mir Spaß gemacht dazu zu sehen, da dachte ich mir, probiere ich das doch mal auch mal selbst, ja. Entschuldigung, ich glaube ich habe gerade etwas gleich gesprochen, Entschuldigung. Also ich habe mir das eben dann runtergeholt das Spiel, wo, sage ich aber nicht, weil ich weiß, ich habe mal gelesen, das sollte man nicht, weiß auch nicht warum genau. Und werde das dann selbst spielen. Ich habe mich für den siebten Teil entschieden, weil ich bin derjenige, der, wenn er eine Spielreihe spielt, mache ich meistens das zuletzt rausgekommene Spiel. Und ich habe auch mal nur ein bisschen mal reingeschaut, von der Story und so. Und ich muss sagen, das sieht schon gut aus, ja. Was muss man wissen, man ist Mega Man, ein Kampfroboter, der gebaut wurde, um Dr. Wily daran zu hindern, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also, und ich werde das dann eben hier schalten. So, hier erstmal, da oben seht ihr erstmal dann nichts mit dem Bild vom Spiel. Das kommt dann noch dazu und dann, ui, schon fast zwei Minuten, das reicht auch für eine Einleitung. Wie gesagt, stelle ich ja gerade noch rein beim Computer alles und dann werden wir sehen, weil ich mache das jetzt einfach so zu sagen, als für mein hundertstes Video. Also, warten wir mal kurz. Könnte etwas seltsam sein, das merkt ihr ja. Und, was, einen Moment bitte, das hier. Das muss, glaube ich, escape, genau. Ach, ey, jetzt Beeilung. In the year 2000, 2000 XSAD. Ich lese ein bisschen vor. Das ist wahrscheinlich Dr. Wily. Mit Blitzen und Plaksplos und Anion. Ich glaube, das war am sechsten Tag passiert, kann das sein. Ich kannte damals so eine Anime-Serie, daher kenne ich mich ein bisschen so aus so einem Namen. Das ist unheimlich. Mir zumindest. Das Headset darf ich nicht vergessen. Das Headset darf ich nicht vergessen. Without being contacted by Dr. Wiley, they activate and being searching for their Master. Dramatische Musik. Ach du Schande. Was ist das? Riesen Bulldozer, ich sehe. Ach hier, der Feuer speit. Ganz toll. Hoffentlich hört man das noch, was ich zu... Boah. Megaman 7 von Capcom. Ach, Entschuldigung. Ich bin aufgeregt. Wieder mal in Let's Play. Ich habe mich darauf gefreut. Heißt ja nicht, dass ich v-bin zum Film, aber... Äh, was? Ah, statt. Ja, ich hatte ja... Ich hatte mich nur mal ein bisschen eingespielt, von der Steuerung her. Von der Anstellung für mein... Nein, nicht das Intro schon wieder. Passwort, Sound Story. Okay, machen wir mal GameStop. Oh, gleich geht's los. Can this thing go any faster outdoor? The city is under attack. I try and punch it up in nudge. Odd on road. I can't believe Willy is loose again. Won't this madman ever stop? Madman Megaman. True. She won't be loose for it. D-d-d. Once Dr. Light distrushed me our new Enpacement Willy's history. Ah, neue Verbesserung. War. End of the line. Sehr gut. The route is too unstable to keep going. Toll. You two wait here. Megaman takes this helmet with you. Yeah, a helmet! Und wir sind... Begeistert. Wir sind vollkommen begeistert. Und sagen... Pünktchen, 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 Pünktchen. I guess not. Ja, denke ich auch. Personally... 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 A gender like Sazawand. Ja, das mögen wir doch alle. Megaman. Mit seinem blauen Helm. So kennen wir ihn. Und los geht's. Das Abenteuer. Doch, noch mal. Good luck, Megaman. World... Ich glaube so was wie eine Schwester... Ja, Wo... Ja, Megaman! Hüpft durch die große weine Welt! Oh, Dr. Light, unser Erschaffer. Dr. Are you okay? I will break World to take care of you. Ah. Er kann sich um sich selbst sorgen. No, Megaman. We have no time. Release using the attack of his Robots to cover his escape. Look! Ach, da drüben ist das Gefängnis. Ein Stern, zwei Stern, drei Sterne, vier Sterne. Das sind also die vier Roboter, die ihn... Boah, mit Bomben und Granaten hier rausbefördern wollen. Was schaut uns denn so blöd an ab? Ja, ich kann auch... Ich kann auch mit meinen Augen blauen zwinkern. Äh, zwinkern. You've got to go now, Megaman. Get rushed into the fellow Wileys spaceship. Ich kann auch mit den Augen brauen. Fucken, das meinte ich. Ähm, lenkt mich selbst. Yay! Also, wir können laufen, wir können schießen, wir können slideen. Das weiß ich jetzt schon mal. Und ich habe mir gedacht... Jetzt war mir grad wieder der... Der wisch mich nicht. Ich mir grad war... Äh... A... Aua! Was? Ei, 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 ei... Na toll, ich mach... Ey, ich werd ja gleich fertig gemacht! Den nenne ich Twitter. Twins und Roboter. Ich dachte, mit denen gebe ich auch Namen. Und... Ah! Helmy. Die kann ich noch vom Let's Play von den anderen. Ja komm! Wie kann so ein... Planner? Ach... Für die... Waffen. Äh... Können wir auch... Wir können auch aufladen. Wir können auch aufladen. Geschichte. Haha. Mir war grad der Ton weg, weil ich das... Man musste manchmal... Oh! Amy! Oh! Alblatt gemacht! Ist das der vom Anfang? Aber der ist doch viel... Kla... Ah! Ei, ei, ei! Ah! Ah! Ei! Wow! Da muss man schnell schalten! Hä? Ich vermute mal hier springen, um Ars zu weichen. Alles klar! Wow! Krasse Frisur, du! Krasse Frisur! Alles klar! Das muss ich dann wahrscheinlich schneiden vom Tony. Wir hatten, glaube ich, 6 Minuten. Ist der auch mal fertig hier? Hallo! Ist... Oh, komm! Wie er das Gesicht verzieht! Ganz toll! Jetzt komm! Ich will in die Pause! Ich habe mein Pausenbrot dabei! Hallo! Na, so geht doch! Gut! Wir können einfach schon mal durch, Kind während er sich auflöst! Ach je, was... Was hat Weide hier angerichtet? Oder beziehungsweise seine Roboter? Das ist nicht schön anzusehen! Oh! Wer ist das? Na, 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 na! Na, komm! Uah! Und? Ey, komm! Komm! Tadam! 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 Ey! Komm! Hier spring... Ah! Wer ist das? Tadam! 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 ein guter Einstieg für das Video, also fürs neue Let's Play. Also würde ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Part von Let's Play Megaman 7 und wie ich euch immer so schön das pflege. Ich wünsche euch einen schönen Tag.